Nur noch wenige Tage lang sind in der Galerie Tubla Danives in Wolkenstein Werke des Grödner Bildhauers und Malers Wilhelm Senona ausgestellt. Sie sind behäbig und beweglich zugleich, die mächtigen Skulpturen des Künstlers aus Sankt Ulrich und jede verinnerlicht das Bild des eigenen Ichs. Ob Mann oder Frau, macht da keinen Unterschied. Wilhelm Senona arbeitet nach eigenen oder vorgegebenen Entwürfen, die Figuren ähneln sich und unterscheiden sich dann doch in vielen Nuancen. Und immer ist etwas Gemächliches in ihnen. Sie scheinen nicht belehren zu wollen, sie kommen nicht kämpferisch daher, sie sind einfach nur da und überzeugen mit ihrer Kraft und Ausstrahlung. Und genau so tun das Senonas Bilder. Noch bis zum 26. Februar in der Galerie Tubla Danives in Wolkenstein-Gröden.